Hi! Wir haben schon wieder eine Beschaffungsvorlage reinbekommen. Ja? Ja. Na ja, weißt du, das ist wieder, guck mal, jetzt sind wir hier, da unten ist der Haushaltsausschuss. Ja, und wir müssen aufpassen, dass die da drüben im Verteidigungsausschuss nicht so viel Geld ausgeben. Naja, aber ehrlich, ich kann das jetzt so nicht beurteilen, ob das eine vernünftige Ausgabe ist oder nicht. Und wahrscheinlich wird es richtig sein, aber weißt du was? Mal ganz ehrlich, frag mal nach. Mal ehrlich, fragen wir jemanden, der sich da ganz gut auskennt. Ja, wir sind jetzt hier in einem Ausschuss, ich finde das zwar schön mit orangenem Boden, ein bisschen ausgeblichen und viel schwarz, hätte man fast sagen können Tarnfarben, also es ist der Verteidigungsausschuss. Und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sage ich immer, ist unsere Chefverteidigerin, ist Marie-Agnis Strack-Zingermann, die, ja, wie soll man das sagen, die diesen ganzen Verteidigungsausschuss mehr oder weniger im Griff halten muss mit den ganzen Militärs, die hinkommen. Marie-Agnis, was machst du hier? Das ist der Ausschusssaal, der sich dadurch abhebt von den anderen, dass man hier auf geheim schalten kann. Deswegen findet man hier auch keine Ladebuchsen oder sonst was, sondern hier kann man geheim tagen. Natürlich nicht bei allem, aber bei dem einen oder anderen und im Kontext der Ukraine, wenn der Bundesnachrichtendienst uns aufklärt, was er wiederum aufklärt, dann ist das hier in diesem Saal gut aufgehoben. Und hier sitzen, wie du sagtest, die Bundeswehr. Auf diesem Stuhl hier sitzt ein Vertreter des Auswärtigen Amtes, weil wir ja zusammenarbeiten. Wir sind 38 Kolleginnen und Kollegen. So groß war der Ausschuss schon lange nicht mehr. Das hat was mit dem sehr großen Bundestag zu tun. Und wir sprechen über die Bundeswehr, nicht nur über Anschaffungen, sondern auch über deren Rolle in der EU, in der NATO, über Einsätze, zum Beispiel in Mali, in seiner Zeit Afghanistan. Das heißt, wir sind verantwortlich für die Bundeswehr. Du bist also hier im Ausschuss dann, ich hätte jetzt gesagt, so eine Düsseldorferin hätte ich sagen können, eine kleine Prinzessin, aber sozusagen die Präsidentin, die dann auch das Ganze ordnet und führt. Das heißt aber für dich wahrscheinlich auch, dass du mit der Bundeswehr auch im direkten Kontakt, in Vorbereitung, Nachbereitung und vielem bist. Muss man dafür eine militärische Vorgeschichte haben? Natürlich braucht man einen bestimmten Bezug zur Truppe. Man muss vor allem Interesse an Sicherheitsfragen haben. Ich war nicht bei der Bundeswehr. Meine Generation hat Frauen gar nicht zugelassen. Das kam erst deutlich später. Aber mich hat immer das Thema Sicherheit interessiert. Und jetzt holt mich eigentlich mein Interesse ein, weil ich immer das, oder anders, weil ich nie verstanden habe, warum in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, du kennst die Niederlande gut, nehmen wir die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, die Bundeswehr so ein seltsames Schattendasein lebt. Und das hat nichts mit der, das ist ja auch mehr mit der Sache zu tun, dass wir keine Wehrpflicht mehr haben. Denn andere Länder haben auch keine Wehrpflicht. Trotzdem spielt der Soldat, die Soldatin eine gesellschaftliche Rolle. Der wird akzeptiert, weil er ja am langen Ende möglicherweise in einen Kampfeinsatz geht, um unsere Freiheit zu erhalten, um den Frieden zu erhalten. Und deswegen haben eine Menge Leute ein Störgefühl, wenn sie Uniform sehen oder dieses Thema, dass es jetzt so aktuell wird. Und ich glaube, der ein oder andere, der auch sehr pazifistisch unterwegs war, sich jetzt die Augen reibt, wie wichtig plötzlich dieser Ausfluss wird. Reality-Check, wenn man so schön sagt. Ja, Reality-Check. So ein Gespräch wie unseres hier darf ja niemals enden, ohne dass man jetzt die aktuelle Ukraine-Krise ist eigentlich schon viel zu wenig, den Krieg in der Ukraine anspricht. Was hat das an Veränderungen gemacht? Sondersitzungen, Bedenken? Was ist da für dich das, was sich jetzt nochmal verändert, zusätzlich neben den anderen Anforderungen? Das natürlich, also wir tagen, wie alle anderen Ausschüsse auch, einmal in der Woche, in der wir hier sind. Und wir haben natürlich mit Kriegsbeginn, also wir sind schon vorher sehr dicht informiert worden über Obleuterunde, auch vom Bundesnachrichtendienst. Aber schon an dem Tag, als Putin mit diesen Provinzfürsten den Vertrag geschlossen hat, dass die ostukrainischen Provinzen sozusagen übergeben werden an Russland, da war schon ziemlich deutlich, was sich abspielt. Und natürlich der 24. Februar, der Einmarsch, die Invasion der russischen Armee in der Ukraine, haben wir hier sofort eine Sondersitzung ausgelöst. Wir haben jetzt auch wieder nächste Woche, wo eigentlich Haushaltssitzung ist, damit wir pünktlich um 9 Uhr mit in der Haushaltsdebatte sein können, tagen wir dann um 7 Uhr schon. Also das ist natürlich sehr, sehr dicht, auch die Information. Aber dadurch, und das fasst mich auch persönlich an, wird ein theoretischer Krieg, ein theoretisches Szenario, was machen wir eigentlich, wird seit drei Wochen ganz, ganz konkret. Wir schicken mehr Leute nach Osteuropa. Wir haben die Marine in die Ostsee verlegt. Wir haben unser Air Policing verdoppelt. Also man muss immer aufpassen mit historischen Momenten. Aber das ist gerade ein Stück Geschichte. Das wird das Leben und die Sicherheit, das Thema in der Bundesrepublik, darüber hinaus in Europa, in der NATO komplett verändern. Entlassen kann ich dich nicht, ohne dass ich natürlich nach dem Geld als Haushälter fragen muss. Das habe ich befürchtet. Ja. Jetzt können wir viel darüber reden, dass in der Vergangenheit dazu zu wenig ausgegeben wurde. Wir können sogar sagen, das war auch in der Koalition 2009 bis 2013 so, um auch klarzustellen, dass das keine parteipolitische Frage ist. Und es hat auch viel damit zu tun, dass die Bereitschaft, Geld für Militär auszugeben, genauso schwierig war wie die Akzeptanz vom Militär im täglichen Leben, wie du ja auch gesagt hast. Was mich jetzt interessiert ist, jetzt kommen die 100 Milliarden. Oder auch nicht, wenn die CDU nicht, oder wir finden aber andere Wege. Also ich als Haushälter würde sagen, sie kommen, ein Weg wird gefunden. Ist es für dich jetzt leichter oder ist es anders? Oder was ich eben glaube, nicht jetzt auch riskanter wäre, wenn man jetzt 100 Milliarden mehr hat, die man wohl auch benötigt. Muss ich mir auch gucken, dass man jetzt bloß das Richtige macht. Verändert sich da was bei dir in diesem Ausschuss, wenn es um die Frage geht? Also ich persönlich oder wir, die Kollegen und ich, war zutiefst erleichtert, dass der Bundeskanzler mit Christian Lindner, unserem Finanzminister, das auf dem Weg angekündigt hat. Wir brauchen ja eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um das überhaupt im Grundgesetz festzuschreiben. Das fand ich erstmal großartig, weil es ein richtiges Signal war. Es ist natürlich richtig, da wo möglicherweise viel Geld ist, kommen auch die glänzenden Augen, was man alles machen könnte. Und an der Stelle muss man extrem konzentriert sachlich bleiben. Also die Bedarfe müssen jetzt sauber geklärt werden. Der Bedarfsträger, das ist die Bundeswehr. Dann müssen die Staatssekretäre sozusagen sich an die Arbeit machen. Dann muss eine Ministerin das auch im Kabinett durchsetzen, beziehungsweise dann bei den Haushältern. Und dann ist es ja nicht so. Die Leute glauben, man nimmt jetzt 100 Milliarden, nimmt ein Einkaufskörbchen. Fährt zu Ikea. Fährt dann mal zu Ikea und nimmt hier ein paar Panzer raus und da ein paar Flugzeuge. Nein, so ist es nicht und das ist auch gut so. Sondern das Geld ist erstmal, wenn es weg ist, ist es weg. Füllt sich nicht automatisch. Und das geht natürlich jetzt über Jahre. Wenn wir jetzt, wie beschlossen, was ich auch sehr begrüße, die F-35 anschaffen, heißt das ja nicht nur, dass die in den nächsten Jahren zuläuft. Kommen ja nicht alle gleichzeitig. Sondern das bedeutet, mehr Personal, mehr Ausbildung, mehr Pflege. Möglicherweise andere Hangars zu bauen, weil die einen anderen Schnitt hat als ein Tornado. Das muss mit eingepreist werden. Und das wird die nächsten Jahre uns beschäftigen. Also gutes Gefühl, richtiges Gefühl. Aber natürlich auch jetzt die Habachtstellung Militär, Politik, auch Industrie gegenüber. Das ist hier kein Wunschkonzert. Die Bedarfe müssen festgeschrieben werden. Und demnach muss dann das auf den Weg gebracht werden. Und da entscheidet dieser Ausschuss unter deiner Führung, mit meinem Ausschuss unter der Führung von jemand anderem. Das ist das Doofe. Deswegen verstehe ich mich auch mit Otto besonders gut. Und weil immer, Achtung an der Bahnsteigkante, der, der die Kohle hat, hat das Sagen. Ich habe die Kohle gar nicht, aber ich muss gucken, dass sie sie mit ordentlich ausgibt. Aber da sind wir uns jetzt, glaube ich, sicher. Ich danke dir. Tausend Dank. Sag mal noch eine Frage. Hier jetzt, das ist ja auch ein bisschen viel mit Uniformen und so weiter. Aber ihr habt ja jetzt auch Sondersitzungen und wahrscheinlich auch Elektronen. Hast du denn auch mal so wie der Macron dann so ein Hoodie an, so richtig modern, so Düsseldorf? Also wenn du mich nicht verrätst, immer ein Trainingsanzug. Du weißt, ich bin der Typ Trainingsanzug. Am liebsten in lila Nile Test. Das kommt echt gut an. Ich glaube, ich mache was falsch.